Es gibt immer viele Gründe, zu Gobe zu kommen. Morgen gibt es wieder ein paar neue. Die Konfitüre Bon Maman ist neu bei Gobe und wirklich gut. Wie selber gemacht. Sie ist gut, wenn man immer genug davon zuhause hat. Trotz dieser feinen Konfitüre sollte am Schluss der Energiehaushalt stimmen. Die Fitnessbutter hat den ganzen Geschmack, aber ein Drittel weniger Kalorien. Heute ist sie ausserdem gerade noch die richtige Antwort im Wettbewerb. Rosig sieht es auch sonst aus morgen bei Gobe. Der hübsche Strauss Mosrose kostet nämlich nur 94. Also, bis morgen bei uns.